Ein wunderschönes Bild, oder? In der Tat. Und erst noch, wenn sie sich bewegt, da bleibt einem die Luft weg. Es geht nur sekundär ums Aussehen heute. Ist eigentlich völlig easy, oder? Ich finde es geht im Moment. Ich glaube, du hast es gefutscht. Ganz viel eleganter als ich. Starche Leistung bis dahin von den Sarah-Luther-Nigger. Ich komme im Parcours durch, weil ich ein Kunsttonner bin, körperlich fit im Gegensatz zu den anderen Hosen. Meint ihr damit etwa Bagi? Yes! Ja, das wird sicher witzig. Wahnsinnig weit gekommen. Jetzt kommt er hoffentlich weiter, der Bagi. Der? Nein! Ich habe ihn anders überlegt. Schwing! Mehr schwingen! Der hält sich schon sehr lange. Ja! Oh nein! Also das ist indiskutabel. Du! Didier! Also! Acht jetzt! Ja, es hat geheiss, man soll sich bereit und wohl fühlen. Ich bin bereit und ich fühle mich wohl. Also wenn schon Ski, dann doch Wasserski! Ist die Wasser nicht gefroren? Gefroren? Nein! Dann ja, mit Wasserski wäre besser vielleicht. Es war sehr lustig. Genauso wie ich es mir ja auch gehofft habe. Locker, nicht angespannt, nicht so komisch. TeleBasel hat eine neue Wetterfee. Da wünscht man sich sogar Adela zurück. Und das Ganze bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Bei diesen Temperaturen wünsche ich Ihnen weiterhin coole Unterhaltung mit TeleBasel. Cool, das ist ein cooles Socken. Und Socken gehören auf die Füße. Kaviar und Champagner leisten. Sein Vermögen wird auf 55 Millionen Euro geschätzt. 55 Millionen... Kleine, süße Füße. Richtig zum Reinereich. Patrick ist Satanist und eckt in der Gesellschaft immer wieder mit seinen Einstellungen an. Der Tod, da ist er! Der Tod! Immerhin lebt er den Kult schon seit 17 Jahren. Der Tod! Ich schwimme schon immer gegen den Strom, werde es immer machen. Das andere ist... Warte, ich habe mich erschreckt. Bald ist Weihnachten. Und diese beiden machen die ganze Vorfreude zur Sau. Das Jahr geht schon weg. Omen die zu. Wenn Weihnachts-Song dann richtig... Und wir haben wirklich alle das Ganze oben runtergekämmern. Eben Samy, wo alles ist drin. Schokolade, Birne und Nüsse. HALF STOP! Wirklich... Wenn es Weihnachtslied, dann bitte ein Schönes. Eins, wo Herr und Frau Schweizer Freude haben. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Ich habe mal als Hexe im 13. Jahrhundert gelebt und wurde verbrannt. War eine ganz tolle Erfahrung. Der Tod! Nimm mal nimmer. 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 Nach dem Sport muss man eine rauchen. Ich werde jetzt eins gut ziehen. End um! Nimm mal nimmer. Zeit. Die meisten Leute sind sehr Tahalle. Die meisten Leute sind sehr nah und pinch h hassig. 回... Vers. etten. proyectar. ified. буквier Ganze bei plugging. Bevor09. Ver. Gehen. Neu. Untertitelung des ZDF, 2020